Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 1. Nachdem die letzte Folge der Pinnacle Station ja ein bisschen kurz gekommen ist, werden wir uns dann in dieser Folge auf die Hauptmission wieder stürzen und ja, das heißt ab nach Eilos, um dort Saren die Röhre abzujagen. Jetzt auf dem Flug würde eine Romanzen-Szene kommen, aber da ich keine eingegangen bin in diesem Play-Thru, wird das nicht passieren. Okay, 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 okay. Und Landrohren. Wie geht's der Humphrey? Es wird die Geld zu reiten und sehen. Es wird die Heiligenjaw. Oh, ich bin mit dir dasерм�alten. Und daINS auch mit. Das ist die Geschäfte. No shit. werden wir es nicht rechtzeitig schaffen. Bringen Sie uns näher ran. Näher geht es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Mit dem Marco absetzen. Für eine solche Landung brauchen wir mindestens 100 Meter freie Fläche. In Sarens Nähe gibt es nur 20 Meter. 20 Meter? Das reicht nicht für eine saubere Landung. Wir müssen es versuchen. Wir müssen eine andere Landezone finden. Es gibt keine andere Landezone. Der Landewinkel ist zu steil. Das ist unsere einzige Chance. Das ist keine Chance. Das ist Selbstmord. Wir können nicht. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Etwas Beeilung und runter zum Marco. Joker, setzen Sie uns direkt vor seine Füße an. Die Synchronsprecher haben sich da ja mal richtig Mühe gegeben. Nord. Weiter. 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 Jetzt. Wir müssen in diesen Bunker hineinkommen, bevor Saren die Röhre findet. Diese Tür kann man nicht mit brutaler Gewalt überwinden. Aber Saren hat sie irgendwie geöffnet. Irgendwo in diesem Komplex muss es so etwas wie einen Sicherheitsschaltpunkt geben. Wir müssen einen Weg finden, ihn wieder zu aktivieren. Hm, wir könnten ja mal einen Rush probieren. Ich habe das hier noch nie gemacht, aber... Also, einen Rush. Oh, Vorsicht! Lauf! Immunität an und... Los, Ermüdung! geh weg! Schuh, Schuh! Puh! Du, 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 du! Leute, lasst ihr geht in Ruhe und kommt hinterher! Wir haben ja noch genug zu tun, auf Allers! Los, kleiner Sprint hier Zack, die Leute ausweichen Hier, die kann man alle ignorieren Die da oben auch Wir wollen ja bloß in einen Fahrstuhl Und zwar in den da Cool, geht Ist ja geil Ist ja geil Hier gibt es noch Strom Dieses System hat anscheinend einen eigenen Generator Ich wette, dies ist der Kommandoraum für den ganzen Komplex Sarens Truppen müssen von hier aus die Türen versiegelt haben, nachdem er reingegangen ist Wir müssen herausfinden, wie wir die Sicherheitsblockade aufheben können, um in den Bunker hineinzukommen Ähm, achso, andere Seite Jetzt können wir mal fix... Oh, können wir gleich auch mal einen Hauptspeicher anlegen Ähm, ja Jetzt müssen wir hier ein bisschen vorsichtig Oh, ich habe noch die Waffe von der Pinnacle Station drin Ähm... Hier, 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 hier Oh Pistole, Pistole, Pistole Einigkeit Hier Immunität So Oh, Immunität Okidoki Das wäre geklärt So Man kann jetzt hier noch diese Läufer hier reparieren, aber ich habe jetzt, ich habe noch nie festgestellt, dass das irgendwie einen Unterschied macht Ähm, deswegen werden wir das hier mal auslassen Ähm, und weiter zum Missionsziel laufen Komm hoch Okok Wir müssen uns beeilen Wir müssen uns beeilen Saren hat bereits einen Vorsprung Wir müssen ihn finden, bevor er die Röhre findet Falls er sie noch nicht gefunden hat Ansonsten laufen wir in eine Falle Oh no Dieses Risiko müssen wir eingehen Moment, da passiert gerade etwas Zu spät Können nicht Invasionsflotten Keine entkommen Vielleicht eine Art Nachricht Aber ich verstehe diese Sprache nicht Könnte proteanisch sein Dann muss diese Aufzeichnung 50.000 Jahre alt sein Hören wir nur, dass wir sie nicht verstehen Die Nachricht ist verstümmelt, aber ich kann einige Worte verstehen Es ist eine Warnung vor einer Reaper-Invasion Natürlich Zwischen den Sendern und der Dechiffrierung Könnte ein Verständnis der proteanischen Sprache Auf sie übertragen worden sein Ist sicher Suchen Schutz Den Archiven Was wird da gesagt? Können Sie es verstehen? Night Reaper Die Citadel Überwältigt Einzige Hoffnung Verzweiflung sagt Die Röhre Alles verloren Etwas über die Röhre, aber es ist zu undeutlich, um es interpretieren zu können Wir müssen los Licht aufzuhalten Licht aufzuhalten Okay, ähm, ja Und dann werden wir mal hier runter Und dann geht es hier weiter Unten drunter So, und dann sind wir da am Anfang, wo wir an den Läufern vorbei Gelaufen sind Lachs Teriyaki Schau mir hier gerade nebenbei Rezepte, die ich So demnächst mal ausprobieren werde Teriyaki Oh, 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 oh Alles voller Guess Hallo Freunde Ich lauf hier mal vorbei Falls ihr nichts dagegen habt Watch Ah, wollte ich schon sagen In die Ruhe werden wir Mein ganzes Leben lang habe ich die Proteaner studiert Aber ich hatte nie davon geträumt, so etwas mal sehen zu dürfen Dieser Bunker war vielleicht die letzte Zuflucht einer ganzen Spezies Ein Ort voller mysteriöser Entdeckungen Unermessliche Geheimnisse könnten sich hier verwahr Oh Oh Möglichst den Raketen ausweichen, damit wir nicht so viele Schaden aufs Schild bekommen Hä, hat da Sojasauce Okay Reisessig Puh Eine Falle Ich auch nicht Ich habe die Proteaner jahrzehntelang studiert Aber ein derartiges Gefühl habe ich noch nie verspürt Was werden wir da unten vorfinden? Was immer es auch sein mag, seien Sie vorsichtig Wäre dies einfach nur eine automatische Falle, so hätte sie Saren ebenfalls ausgelöst Das sieht richtig lecker aus Sie sind keine Proteaner Aber auch keine Maschinen Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein Allerdings stark beschädigt Sie scheinen keine Kennzeichen der Indoktrinierung zu tragen Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren Vielleicht gibt es noch Hoffnung Das ist unglaublich Ein proteanisches VI-Programm und ich kann es verstehen Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können Ich heiße Vigil Sie sind hier in Sicherheit Im Augenblick Aber das wird sich sicher ändern Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als einer Million Jahre Bestand hat Aber dazu müssen Sie verstehen Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir Die Zitadelle ist das Herz Ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung So war es bei uns auch Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren Aber die Zitadelle ist eine Falle Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal Sie ist das Tor zum Orkusnebel Zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie Wenn das Zitadelle-Portal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen Und sie werden alle vernichten Die Reaper können den Rad und die Zitadelle-Flotte mit einem Überraschungsangriff auslöschen Das war unser Schicksal Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt Und damit eine einfache Beute für die Reaper In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet Aber es muss doch Überlebende gegeben haben Über die Zitadelle hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen Information ist Macht Und sie wussten alles über uns Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie Einige Welten wurden komplett zerstört Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf Und wurden von ihnen an die Maschinen verraten Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich Was sind die Beweggründe der Reaper? Wieso wiederholen sie dieses Genozidmuster wieder und wieder? Die Motive der Reaper sind für uns nicht nachvollziehbar Vielleicht benötigen sie Sklaven oder Ressourcen Wahrscheinlich aber werden sie von Motiven angetrieben Die organische Lebewesen niemals nachvollziehen können Aber das ist nicht entscheidend Ihr Überleben hängt nicht davon ab, dass sie sie verstehen Sondern aufhalten Eine Sache verstehe ich nicht Wohin sind die Reaper gegangen, nachdem sie ihre Leute besiegt hatten? Unsere Welten waren ausgebeutet Durch diese indoktrinierten Sklaven Alles von Wert, alle Ressourcen und Technologien waren geraubt worden Nachdem die Reaper sich sicher waren, alles organische Leben ausgelöscht zu haben Zogen sie sich über das Zitadellportal zurück in den Orkusnebel Und versiegelten das Portal Alle Hinweise auf die Reaper-Invasion waren beseitigt worden Sie ließen nur ihre indoktrinierten Sklaven auf sich allein gestellt zurück Geistlose Höhlen, die zu keinen eigenen Gedanken fähig waren Und schon bald verhungerten oder an atmosphärischer Strahlung starben Damit war der Genozid der Proteaner komplett Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin Sagen Sie mir, was ich tun muss Die Röhre ist der Schlüssel Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor Das Geheimnis der Massenportal-Technologie aufzudecken Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadell haben Dem Knotenpunkt des Portal-Netzwerkes Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadell Wir haben sie es geschafft, nicht entdeckt zu werden Alle offiziellen Aufzeichnungen des Projekts Wurden bei der ersten Angriffswelle auf die Zitadell vernichtet Während das Proteanische Reich fiel, blieb Eilos verschont Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt Und die Einrichtung damit verborgen Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine cryogenetische Stasis versetzt Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen Und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess Die Jahre vergingen Jahrzehnte Jahrhunderte Die Reaper blieben Und meine Energiereserven gingen zur Neige Wie haben sie überlebt? Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv Und selbst diese drohten auszufallen Als sich die Reaper endlich durch das Zitadell-Portal zurückzogen Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Sie konnten nicht alle retten Einige mussten sterben, damit andere leben konnten Diese Situation war einkalkuliert worden Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon Ich habe die wichtigsten Personen gerettet Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind Die Keeper stehen doch unter dem Einfluss der Reaper? Die Keeper werden durch die Zitadelle kontrolliert Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet Das sie veranlasst, das Zitadelle-Portal zu aktivieren Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus Wie man dieses Signal ändern kann Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadelle Und nahmen die Änderungen vor Als dieses Mal die Souveran das Signal zur Zitadelle gesendet hatte Reagierten die Keeper nicht Die Reaper sind im Orkus-Nebel gefangen Saren scheint zu planen, ihre Änderungen rückgängig zu machen Derjenige, den sie Saren nennen, wird die Röhre benutzen Um die Verteidigungssysteme der Zitadelle zu umgehen Wenn er erst einmal drin ist Wird er die Kontrolle der Station der Soverean überlassen Die Soverean wird die Systeme der Zitadelle überschreiben Und das Portal manuell öffnen Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet Gibt es einen Weg sie aufzuhalten? In meiner Konsole befindet sich eine Datei Nehmen Sie eine Kopie davon mit Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle erreichen Laden Sie diese Daten hoch Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadelle überschreiben Und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Soverean Moment Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle? Davon habe ich noch nie gehört Die Röhre wird den Weg weisen Folgen Sie Saren Er wird Sie an den richtigen Ort bringen Wenn die Reaper im Orkusnebel gefangen sind Und wie ist dann die Soverean hierher gekommen? Es scheint wahrscheinlich, dass die Reaper nach jedem Genozid jemanden zurücklassen Als Speerspitze, um den Weg der Rückkehr zu ebnen Wie die anderen im Orkusnebel hatte wohl auch die Soverean mehr als 50.000 Jahre im Überlebenschlaf verbracht Wahrscheinlich hat sie in regelmäßigen Abständen die Situation analysiert Sie blieb unentdeckt und bewertete den Status der galaktischen Zivilisation Und als die Zeit gekommen war, wollte sie das Zitadell-Signal aktivieren und die nächste Reaper-Invasion einleiten Aber dieses Mal hatte das Signal versagt Die Keeper reagierten nicht Die Verbündeten der Soverean waren im Nichts gefangen Auf sich allein gestellt musste sie herausfinden, was schiefgelaufen war Die Soverean ist das größte Schiff der Galaxie Warum diese geheimen Pläne? Warum greift sie nicht einfach die Zitadelle an? Die Soverean ist nicht unbesiegbar Wäre ihre wahre Identität aufgedeckt worden Hätten sich alle organischen Streitmächte auf sie gestürzt Selbst ein Reaper hätte keine Chance gegen einen solchen Angriff Aber die Reaper sind geduldig Sie geben keine unnötigen Risiken ein Die Soverean könnte alles seit Jahrhunderten geplant und sich auf die Suche nach Verbündeten gemacht haben Und langsam hat sie die Puzzleteile zusammengesetzt und die notwendigen Maßnahmen durch Agenten erledigen lassen Saren ist der offensichtlichste Helfer der Reaper Aber es gab wohl noch andere Die Soverean kommt jetzt aus ihrer Deckung Ich weiß nicht, ob sie ihrer Sache sicher oder verzweifelt ist Aber sie will mit aller Macht das Portal zum Orkusnebel öffnen Die Reaper kommen aus dem Orkusnebel? Wie können sie da draußen überleben? Darüber gibt es nur Theorien Die Forscher hier kamen zur Überzeugung, dass die Reaper lange Phasen der Inaktivität einlegen können, um Energie zu sparen Offensichtlich können sie einen Überlebensschlaf von zehntausenden Jahren einlegen Bis sich wieder eine organische Zivilisation entwickelt hat Sie ziehen sich hinter den Horizont der bekannten Galaxie zurück, um nicht versehentlich entdeckt zu werden Sie bleiben so lange unerkannt, bis das Zitadellportal aktiviert wird Was ist aus den Überlebenden des Röhrenprojekts geworden? Sie nutzten die Röhre, um Zugang zur Zitadell zu bekommen Aber die Röhre ist nur ein Prototyp Das Portal funktioniert nur in eine Richtung Sie waren also auf der Station gefangen Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist Wahrscheinlich gab es kein Wasser und keine Nahrung auf der Station Ich fürchte, dass sie eines langsamen, grausamen Todes gestorben sind Ich weiß nur, dass sie es geschafft haben, das Portal zu schließen Ihre Gegenwart hier beweist, dass ihre Mühen nicht umsonst waren Was ist mit dem Sender auf Egan Prime? Und dem auf Vermeier? Welchem Zweck dienen sie? Auf dem Höhepunkt unserer Zivilisation bildeten die Sender ein Netzwerk Mit Hilfe dieses intergalaktischen Netzwerkes konnten wir Daten in hoher Geschwindigkeit von Welt zu Welt senden Während der Invasion wurden fast alle Sender zerstört Aber nach dem Abzug der Reaper entschlossen sich die Überlebenden auf Eilos Das Risiko einzugehen und eine Nachricht zu senden Wir wussten, dass es wahrscheinlich keine anderen Überlebenden gab Falls doch, sollten sie von Eilos erfahren Wir wollten ihnen Hoffnung geben Also wurde eine Nachricht an das Netzwerk gesendet Die Reaper hätten das Signal auffangen und diesen Ort entdecken können Wir hatten nicht wirklich erwartet, dass die Sender noch funktionieren würden Es war nur ein Versuch Falls es Überlebende gab, sollten sie von uns wissen Die Nachricht war nur für unsere Leute bestimmt Sie war verschlüsselt Nur organische Wesen hätten sie verstehen können Aber wir hatten noch immer nicht die Macht der Indoktrination der Reaper verstanden Wir hatten nicht damit gerechnet, dadurch Agenten der Maschinen hierher zu führen Die Saren Aber auch sie haben hierher gefunden Also haben wir vielleicht doch das Richtige getan Die Reaper haben also die Zitadelle und die Keeper gleichzeitig erschaffen Wahrscheinlicher ist, dass die Keeper zu den ersten Völkern zählten, die versklavt wurden Wahrscheinlich das allererste Vielleicht haben sie gut auf die Indoktrination reagiert Oder die Reaper haben sie so gezüchtet, dass sie loyal sind Auf jeden Fall wurden sie eingesetzt, um die Zitadelle zu steuern und zu kontrollieren Aber die Keeper werden nicht mehr direkt durch die Sovereign oder andere Reaper kontrolliert Sie haben sich weiterentwickelt und reagieren nur noch auf Signale durch die Zitadelle selbst Als die Proteaner die Zitadelle-Signale änderten, hatte die Sovereign keine Kontrolle mehr über die Keeper Jetzt sind sie absolut harmlos Die Sovereign hat wohl realisiert, dass organische Wesen schwer zu kontrollieren sind Das klingt sehr wahrscheinlich Die Keeper haben sich in eine unerwartete Richtung weiterentwickelt Nicht-organische Diener wie die Gate agieren voraussehbarer Wieso hat niemand entdeckt, dass die Zitadelle ein gigantisches Massenportal ist? Die Reaper haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit das Geheimnis der Zitadelle gewahrt bleibt Sie haben eine Spezies wohlgesonnener organischer Verwalter erschaffen Die Keeper kümmern sich um alle Grundfunktionen der Station Sie ermöglichen, dass alle Spezies, die die Zitadelle entdecken, die Station nutzen können Ohne die Technologie ganz zu verstehen Diese technische Abhängigkeit gewährleistet, dass kein anderes Volk das Geheimnis der Zitadelle entdeckt Nicht bis das Portal aktiviert wird und die Reaper einfallen Das ist ja auch voll toll Wenn die Reaper im Orkosnebel gefangen sind Achso, ne, das hat schon Ganz sicher, Shepard? Wer weiß, wie lange Vichel noch zur Verfügung steht Die Projektion ist schon sehr schwach Dies ist vielleicht unsere letzte Chance, an Informationen zu kommen Die letzte Chance, etwas über die Proteana zu erfahren Diese Gelegenheit kommt nie wieder Wir waren doch hier gerade alles, äh, wir haben doch gerade schon alles durchgegangen Wir haben kaum noch Zeit, die gesamte Galaxie zu retten Und Sie wollen mit einem Hologramm plaudern? Sie haben recht Es tut mir leid Meine persönlichen Gefühle haben mein Urteilsvermögen getrübt Wir sollten gehen Derjenige, den Sie Sarah nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht Noch nicht Es gibt noch Hoffnung, wenn Sie sich beeilen Jees Ähm, ja Die Folge werden wir so weit laufen lassen Bis wir auf der Zitadelle sind Und dort werden wir dann die letzte Folge starten All ihre Kultur, ihre fortschrittliche Technologie Und trotzdem wurden die Proteaner genau wie wir von den Reapern überrannt Sie sind gescheitert Genau wie mein Volk Aber sie gaben uns auch die Möglichkeit, uns zu retten Wir müssen uns beeilen Oh, lass uns mal kurz das hier noch hier alles zerlegen Wir brauchen zwar nur ein bisschen Unifest Hall Gel Für Äh Kurz Für kurz Oh Gott, nein, in Deutsch Für den Einsatz eines Raketenturms Auf der Zitadelle Zitadelle Zu früh, zu früh Oh, komm Und runter da Oh Oh, come on Wir sind also quasi fast am Ende Wenn man sich hier in diesem Kanal befindet Ist man im direkten Weg auf die Röhre und ist quasi, ja Fast mit Eilos fertig Hier sind noch die einen oder anderen Kämpfe Aber wir werden die alle bis auf die Die letzte Gruppe Vor der Röhre Ähm Alle ignorieren Also kurz auf die Karte gucken Äh Nach Rechts Links Rechts Okay Ich musste nur gucken, welche Gruppe wir dann auslöschen müssen Rechts Links Und jetzt die Gruppe, da war das, ne? Ja, genau Okay Die müssen wir jetzt weglesern Ja, müssen nicht Aber es vereinfacht die Sache Oh Wow Oh, come on Fahr mal ordentlich hier So So Wenn wir jetzt Glück haben, können wir gleich noch einen Quicksafe machen Den wir eventuell sogar brauchen, den wir eventuell sogar brauchen werden So So Jetzt müssen wir uns Augen schärfen Denn da vor der Röhre Wenn das teilweise ganz schön schwer werden, da runterzufahren Wenn man Pech hat, erwischen eigentlich die Schreiter, bevor man vor der Röhre ist Scheiße Nein Okay, verkackt Es hat keine Zeit, die Aussicht zu bewundern Wir müssen durch das Portal Und die Gate werden uns die Sache nicht leicht machen Zum Kotzen Na gut, dann muss das jetzt halt funktionieren Nur, dass wir Kaputt geschossen werden Und die Gäste Und die Gäste Die Stationsarme bewegen sich nicht. Das System reagiert nicht. Die Zitadelle verlassen! Den Rad evakuieren! Zitadelle-Kontrolle! Zitadelle-Kontrolle! Hören Sie mich! Zaren. Okay, dann müssen wir es halt auf unser Glück hoffen. Schilder komplett runter. Rot, rot, rot. Ganz viel Rot. Jetzt dürfen wir keinen Treffer mehr kriegen. Oh, knapp. Oh Gott, oh Gott, war das knapp. Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Okay, aber dann war das scheinbar nicht nötig, die kaputt zu schießen. Also es wäre möglich gewesen, die ersten zwei abzuschießen, aber scheinbar war es nicht nötig. Okay, ich würde sagen, dann beenden wir die Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss!